Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei euren Popculturellas, der Podcast mit Andrea und mit Caro, die aber gerade unterwegs ist, auf Weltreise. Und da wir ihr natürlich die Auszeit total gönnen, nehmen wir einfach ein bisschen Anlauf und gehen einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Und dort hören wir uns einfach eine unserer alten Folgen an. Ihr konntet abstimmen, was eure Lieblingsfolgen der Popculturellas waren und die bekommt ihr jetzt in den nächsten Monaten, bis Caro wieder da ist, präsentiert. Ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr wollt, hinterlasst uns doch auf Instagram und Facebook ein Like oder ein Kommentar zur aktuellen Folge. Wir freuen uns auf euch. Bis ganz bald, eure Popculturellas. Willkommen bei den Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Willkommen bei den Popculturellas. Hallo. Wir müssen reden. Wir müssen reden und ich bin diesmal schuld am Thema, aber ich schäme mich für nichts. Ihr Schnuckileins, wir sprechen heute über die Dokumentation von Pink, All I Know So Far, der Zeit auf Amazon Prime zu sehen, die sie auf Tour begleitet und ihr Familienleben beleuchtet. Ja. Und wer mich kennt, liebe Freunde, Familie, Verwandte und die, die irgendwann dazugehören werden, ich liebe Pink. Ich möchte sie heiraten. Fuck off, Carrie Hart. Wirklich, weg mit ihm. Ich übernehme die Rolle. Sehr gut. Für mich die größte Künstlerin, Frau, Mensch, alles auf der Welt. So. Habe ich jetzt genug gelobhudelt? Steigen wir doch direkt ein, oder? Ist auf jeden Fall super gut. Wir steigen direkt ein. Nice. Ja, liebe Caro, wie ging es dir beim Gucken der Dokumentation? Man muss dazu sagen, Kudos an Caro. Caro ist die ganze Zeit mit Arbeiten beschäftigt und hat sich während dem Job die Doku nebenbei reingezogen. Stop and go quasi. Das war sehr lustig. Inzwischen durch irgendwelche neuen Kollegen, die mit einem quatschen wollen. Ich war so, sorry, ich kann gerade nicht socialisen. Ich habe gerade etwas vor heute Abend. Sorry, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe gerade die Pink in der Leitung. Willkommen. Schön, dass du da bist. Arbeite dich gut ein. Ciao. Ja, nice. Also ich habe Pink ja auch seit Beginn ihrer Karriere sehr gefeiert. Witziger Funfact. Sie hat große Starthilfe bekommen von der 4N1 Blondes Sängerin Linda Perry, die sie damals so oft auf ihrem Anrufbeantworter angerufen hat, ihr Lieder drauf gesungen hat, dass sie sie bitte zurückrufen soll, bis Linda Perry es einfach gemacht hat, weil sie dachte, wer ist diese verrückte Frau? Und so kam die Karriere von Pink unter anderem auch sehr stark ins Rollen, durch diesen Kontakt. Ja. Und das finde ich einen witzigen Funfact. Und liebe ihre Lieder, fand auch ihren Wandel spannend, weil erst sollte sie so in die R'n'B-Schiene gepresst werden, aber das war sie einfach nicht. Und hat dann gesagt, nein, ich bin rockiger. Ich bin einfach eine ganz andere Person musikalisch. Ich habe einen anderen Sound und hat ihr Ding durchgekriegt. Und das habe ich schon immer gefeiert an ihr. Ich musste bei der Doku ganz viel auch wieder hier an Lady Marmalade, an diese Collab denken mit Christina Aguilera und Maya und Missy Elliott und ihre ganzen Lieder, die teilweise auch wirklich schon alt sind, also was heißt alt, aber schon älter sind, wie Just Like a Pill und ach so, so viele. Es gibt ja wirklich da wirklich Dutzende. Sind wir alle wieder in den Sinn gekommen und ich dachte, Mann, die Frau ist immer noch am Start. Kudos. Die Frau ist einfach hot as hell. Ja, total. Ich dachte so, ich habe mal gegoogelt. Sie ist 41, die Frau sieht mega nice aus. Ja. Hot. Zweifache Mutter. Ja. Gut, man muss auch dazu sagen, die hat natürlich ein großes Fitnessprogramm, immer wenn sie auf die Bühne geht und was die halt alles leistet, was man auch in der Doku sieht, dieses ganze Bühnenprogramm, was sie stemmt neben dem Mama sein, neben der Ehefrau, die sie ist. Ja. Die Kinder irgendwie im Anschlag hier auf dem Arm, das eine, das andere an der Hand und nebenbei noch drei Stunden Choreo tanzen und singen und Akrobatik. Also man muss ja sagen, die gute Helene Fischer, Grüße an die Ommi, ich weiß. Ich glaube, die hat sich einiges bei der Pink abgeguckt. Das kann gut sein. Also akrobatisch nehmen die beiden sich nichts. Also ich habe gedacht, ganz ehrlich, als sie da mit diesem Karabinerhaken da übers Stadium fliegt, da dachte ich so, ein falscher Griff und die Frau ist tot. Ganz ehrlich. Also krass. Höhenangst darfst du da nicht haben. Und das macht sie jedes Mal und ich liebe sie jedes Mal dafür. Ich muss jetzt mich outen. Ich war schon auf Dry Pink Konzerten. Nice. Das ist noch zu wenig meiner Meinung nach. Aber ich war auf 3, Frankfurt, München und Nürnberg. Und Nürnberg kommt in der Doku übrigens vor, weil du es gerade von Karabinerhaken hast. Das war nämlich das Konzert, wo der Karabinerhaken nicht richtig eingehakt war und sie von der Bühne gerissen wurde. Scheiße, das war das. Das war in Nürnberg. Ich saß oben in den Rängen. Mein Freund hat sich in Unkosten gestürzt. Das teuerste Ticket, was er... Naja, stimmt nicht ganz. Wir waren auch bei Beyoncé. Aber... Boah, krass. Und dann stürzt sie von der Bühne. Ich saß da, ich habe geheult. Ich habe stundenlang geheult. Oh mein Gott, die ist verletzt. Die tritt nie wieder auf wie mein Pink Konzert. So, und es wird tatsächlich in der Doku gezeigt, weil es ist echt... Also, was die alles auf sich nimmt für ihre Shows. Kudos. Kudos. Ich bin auch super neidisch, dass du bei Beyoncé warst. Liebelein, du hast nichts verpasst. Was? Wirklich? Also, ich dachte ja so, oh geil, Beyoncé, ja, Livetream, yes. Musik komplett übersteuert, viel zu lauter Bass. Ich möchte nicht behaupten, dass die viel Bock auf den Abend hatte. Mhm. Und das unter allem Aspekt der Professionalität. Also, sie hat das sich kaum anmerken lassen. Aber ich hatte so das Gefühl so, ist vielleicht jetzt nicht so ihr Abend. Und dafür war dann irgendwie das Ticket zu teuer. Weil eine Woche vorher oder später waren wir bei Alicia Keys. Und die hat... Nice. Phänomenal. War tausendmal mehr wert als Beyoncé. Ja, Wahnsinn. Krass, krass, krass. Ja, also ich habe auch wirklich sehr gefeiert, diese Konzertausschnitte bei Pink, muss ich sagen. Ich fand aber auch total schön, und es hat mich eben auch sehr interessiert, ihr Familienleben, ihre Beziehungen zu ihren Kindern, zu ihrem Mann, zu ihrer Crew. Ich mochte das wirklich total gern, auch diese Seite zu sehen. Ja, sie schafft es halt, dass irgendwie sich jeder wie Familie anfühlt in der Crew. Sie sagt ja auch in der Doku, es gibt halt Musiker, die tauschen halt für jede Tour ihr Team aus. Sie wollen immer höher, schneller, besser, weiter. Andere Leute haben und alles. Aber ihr ist halt wichtig, dass die Leute sich halt frei entfalten können und entwickeln können. Und es muss auch nicht jeder perfekt sein. Und sie liebt halt die Leute um sich herum und sie will die gar nicht austauschen. Ja, das finde ich auch richtig schön, dass etwas... Weil ich fand das so schön, dass sie meinte, ja, so viele in der Branche sind so schneller, weiter, besser, ständig am Auditions, am Abhalten. Und sie meinte, nein, also wenn ich wirklich überzeugt bin von jemandem, dann geht es mir auch nicht darum, irgendeinen Gitarristen zu haben. Ich möchte diesen ganz bestimmten Menschen als meinen Gitarristen haben. und ich möchte, dass sie bei mir bleiben. Warum soll ich ständig jemanden auswechseln? Und das fand ich wirklich in diesen Zeiten mal sehr schön zu hören. Ja, es ist halt so... Und das schätze ich ehrlich gesagt an ihr, diese Grundsolidität, auch dieses Ansprechen von persönlichen Problemen, was sie so nahbar macht und was halt einfach zeigt, ey, die kocht auch nur mit Wasser, weißt du? Die ist super bodenständig, die ist eine von uns, gut. Sie ist diese Frau mit den millionenfach verkauften Platten und Auszeichnungen. Ich habe vorhin mal geguckt, was sie eigentlich alles so an Auszeichnungen bekommen hatten. Ich habe nur ein paar aufgeschrieben. Drei Grammys, zwei Brit Awards, drei Teen Choice Awards, zwei MTV Europe Music Awards, drei MTV Australia Awards, fünf MTV Music Awards, etc., PP, you name it. Bam. Ja, nice. Das muss man erst mal schaffen. Man muss auch erst mal so ein Wembley-Stadion vollkriegen, worauf die Doku auch so hinarbeitet, wo sie dann... Also man sieht ganz viele Konzerte in unterschiedlichsten europäischen Städten und am Ende, bam. Bam. Sehr, sehr nice. Ja, und ich glaube, sie hat Wembley sogar zweimal hintereinander gespielt bei der Tour, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Und es ist so schön, weil du die Familie gerade ansprichst, man sieht sie halt auch, wie sie als Mutter agiert. Nicht viel, wie sie als Ehefrau agiert, so ein bisschen, aber hauptsächlich, wie sie als Mutter agiert. Und es gibt diese eine berührende Szene, also ich finde sie berührend, wenn Willow bei ihr im Arm liegt und sagt, Mama, ich möchte gern heim, ich hab Bock auf Summer Camp. Und sie da so, wie, du willst heim? Ja, klar kannst du heimgehen. Und sie da so, darf ich dann überhaupt wiederkommen? Sie da so, na, du darfst nicht wiederkommen. Ja, einmal die Stage verlässt du. Ja. Also macht er flachst so mit ihr rum und ja, sie sagt, Willow sagt dann halt, sie möchte gern das eine Konzert noch miterleben und dann würde sie gerne irgendwie nach Hause fliegen und ihre Freunde treffen. Und für Pink ist das so, ja klar, komm, nimm deinen Vater mit, tschüss. Ja, ja, total gut. Ich fand es auch sehr schön. Ich finde auch wirklich ihre Kinder, oh mein Gott, auch dieser Jameson, oh mein Gott, ist der niedlich. Ich finde es so geil, wenn sie sagt, ich liebe Willow, aber für Jameson habe ich alles. Ja, super. Gott, der ist auch, ach Gott, sie ist auch aus wie ein kleiner Engel. Also sie sind beide so toll, die Kinder. Wirklich, wirklich cool. Der wirkt total süß und entertaining, aber ich glaube, der hat es Faust dick hinter den Ohren. Total, der hält die auf Trab, auf jeden Fall. Was ich auch sehr berührend fand, war die Stelle, als sie einen Fanbrief vorgelesen hat. Oh ja. Von dieser Frau, die von ihrem Coming Out erzählt hat, ihrem Liebeskummer und ihren Struggles im Leben und wie Pink ihr die Kraft gegeben hat, weiterzumachen, das fand ich so schön. Ja. Richtig schön. Das sind halt, das sind so Momente, wo ich mich immer frage, ist das gestellt oder liest sie das wirklich vorher und ich möchte und ich wünsche es mir so sehr, dass sie es einfach wirklich vorher liest und dass das nicht extra gestellt war. Ja. Übrigens, kleiner Side-Fact, der Produzent dieser Dokumentation ist der Regisseur und Produzent von The Greatest Showman. Hör mal, da hast du es. Creme de la Creme. Also ich meine, deswegen ist die Doku auch so gut geworden, würde ich mal behaupten. Michael Gracie. Weil es ist wirklich gut aufgebaut, finde ich. Man muss natürlich auch die Verbindung nochmal herstellen, weil Pink hat ja einen Song für den Soundtrack gemacht damals. Ah. Oder zwei sogar, war Cover Me in Sunshine auch dafür? Ne, ich glaube der noch nicht. Genau, sehr zwei, ein Song für den Soundtrack von The Greatest Showman gemacht und er hat wiederum das Musikvideo davon auch noch Regie und Produktion gemacht. Ah, siehste mal, da kennen die sich. War nämlich Walk Me Home Tonight. Ach, witzig. Siehste mal. Ich fand ganz gut, wie es aufgeteilt war, so Teil Tour-Life, Stage-Life, aber auch eben das Familienleben und auch nur mal die Städte, dass man auch wirklich einfach gesehen hat, wie man, wie diese Reise auch verläuft, was ja auch anstrengend sein muss. Einfach von Ort zu Ort. Ich meine, eben von Land zu Land. Ja, schon ein krasses Programm. Es ist, ja, und ich finde, diese Doku lebt auch so geil von diesen Zitaten, die sie einfach irgendwie raushaut. Eins meiner Lieblingszitate war, my family is crazy and I'm the normal one. Ja. Oder, ja, die Leute denken immer, Pink don't give a shit und dann sagt sie noch so, I'm eating shit for breakfast. Stimmt, stimmt, weil die meinten doch irgendwie, Pink doesn't take any shit und war so, I eat shit for breakfast. Genau. Wir hatten es ja gerade von dem Karabiner, der damals nicht verschlossen war. Und sie sagt halt auch, und dafür schätze ich sie, weißt du, sie hat so viel Mut und sie sagt so, ey, wisst ihr, okay, das lief scheiße damals und ich könnte mich jetzt vergriechen und nie wieder so einen Stunt machen, aber I'm not gonna miss a beautiful day because the one before hurt. Das fand ich auch wunderschön. Da dachte ich mir so, ach, das rahm ich mir ein. Du hast so recht einfach damit. Warum den heutigen Tag nicht genießen, nur weil der gestern irgendwie weh tat? Du kannst es so aufs Leben beziehen. Das ist so schön. Es war einfach schön, das nochmal so nebenbei zu hören. So ein schönes Statement. Das war echt gut. Und ich fand auch den Rückblick auf die Beziehung mit Carrie irgendwie schön. Also ihrem Mann, der ja dieser Motocross-Star ist und wie die beiden zusammengewachsen sind, weil die hatten ja auch so einen Struggle miteinander. Die haben sich verliebt ineinander, sind auseinandergegangen, haben sich aneinander abgerieben, sag ich jetzt mal, und sind jetzt so diesen Power Couple geworden, was sie jetzt einfach sind. Und das ist halt so schön, weil sie auch so liebevoll von ihm redet oder er auch von ihr. Und ich fand einen Satz von ihm so berührend, wo er gemeint hat, er war in seiner Welt der Star und dann kam er in ihre Welt und hat sich ganz klein gefühlt, weil das nochmal ein ganz anderes Spektrum an Ruhm und allem Möglichen war. Ja, das hat ihn mal so den Boden ständig zurückgelassen auf jeden Fall. Total. Ich weiß, es muss auch krass sein, sie sagt ja selber, das geht auch wirklich nur, weil er sich da so ein bisschen, ich sag mal, zurückstellt, ganz viel für die Familie da ist. Und sie meinte irgendwas von, also wenn da jemand wäre, der ein bisschen mehr Ego-Stroking brauchen würde, dann würde das einfach nicht funktionieren. Und er sagt ja auch, ja, er fände es eigentlich schon schön, wenn seine Kinder auch ihn in seinem Element mehr sehen würden, weil sie sehen ja quasi pink auf Tour und so weiter und kriegen das alles so mit. Aber gleichzeitig meinte er auch, es ist so schön und erfüllend, mit den Kindern am Start zu sein, die Zeit mit ihnen zu haben. Ich finde es auch super, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich könnte, glaube ich, meinen Beruf nicht so zurückstellen wie er und meine Karriere. Ich könnte es nicht. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich müsste, da würde mir die Rolle von Pink eher gefallen, dass ich meinen Beruf so ausleben könnte. Klar, es ist immer noch krass, diesen Spagatsfamilie, aber ich glaube, was er da kann und schafft, ich wäre sehr unglücklich damit, wenn ich mich beruflich so zurücknehmen müsste. Wobei man muss halt die Perspektive mal irgendwie so ein bisschen justieren, weil er hatte ja damals gefühlt für alles geschafft in seiner Karriere. Also es ist ja nicht so, als ob ihm jetzt irgendwas abgehen würde. Dadurch natürlich, und du wirst auch älter und kannst diesen Motorsport ja auch nicht für immer machen, weil du einfach viel schneller mit Knochenbrüchen und allem irgendwie rausgehen würdest. Und du bist irgendwie Vater und hast Verantwortung und sie haben ja auf ihrem Gelände, auf ihrem Grundstück da diese BMX-Area eingerichtet, wo die Kids dann auch irgendwie rumrasen können und alles. Und man muss halt sagen, gut, auf eine Tour bereitet man sich wochen, monatelang vor, aber dann hast du ja auch jahrelang wieder in deiner Ruhe. Ja, stimmt. Von daher, ich weiß, was du meinst, ich könnte meinen Beruf wahrscheinlich auch nicht so zurückstecken, aber ich glaube, aus der Position, wo er ist, geht's irgendwie wieder. Und sie verschließt sich ja auch nicht. Sie lässt ja jeden rein in diesen Rahmen und das ist ja, sie ist einfach so toll und ich schätze so viel an ihr. Total, total. Ja, ich glaube, bei ihm macht das dann auch so Sinn. Ich habe dann nur irgendwie automatisch, muss ich so an mich denken, wo ich denke, uh, ich glaube, irgendwie muss ich dann da denken, das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Es würde auf die Situation auch ankommen, auf den Kontext. Kennst du das, wenn du auf Konzerte gehst und so emotionalisiert bist, weil du dich so freust, so aufgeregt bist, die Atmosphäre um dich rum, diese Tausenden von Leuten, die um dich rumstehen und dann beginnen die ersten Takte der Musik und du fängst einfach nur Rotz und Wasser an zu holen. Ja, total. Bin ich da der einzige Mensch, dem das so geht oder gibt es noch andere Menschen, denen das so geht? Ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen so. Ich glaube auch, wenn ich werde nächstes Jahr im Juni oder Juli, möchte ich nochmal nachgucken, Jimmy Eat World live sehen und da werde ich sehr nostalgisch, denn die habe ich als Teenagerin so abgefeiert und dieses Album Bleed American war so, ach, das hat so viel in mich bewegt auch und ich glaube, I don't know, wie es mir da gehen wird. Ich bin gespannt irgendwie. Hol mich kurz ab, Jimmy Eat World waren das die, die The Middle gemacht haben auch? Genau. Ich habe dieses Lied geliebt und hoch und runter gehört. Ich finde auch den Sänger ein bisschen hot, aber der ist verheiratet, hat ein paar Kinder, schon gegoogelt. Gut, der wohnt ja auch in Phoenix, Arizona. Das wird nichts. Warum bist du eigentlich gerade nicht in Venedig? Benedict Cumberbatch ist da. Warum ist der bitte in Venedig? Wieso ist der in Venedig? Äh, Filmfest? Wie sieht der Sänger von Jimmy Eat World aus? Entschuldigung. Also der ist so unverbindlich, ja? Also Benedict Cumberbatch und ich sind ja eigentlich ein Paar, aber er weiß davon nichts. Es ist echt richtig, richtig unfair. Naja. Oh, ich erinnere mich an den Sänger. Oh ja, den fand... Hörens. 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 Der Sänger von Jimmy Eat World, den fand ich ja auch heiß. Ja, okay. Wir müssen knobeln. You know what that means? You know what that means. Der erste Typ, den wir beide heiß fanden. Das ist wirklich der erste Typ. Leute, weil Andrea und ich haben sehr unterschiedliche Geschmäcker, was Männer angeht. Also eigentlich habe ich immer gedacht, wir kommen uns sowas von nicht in die Quere. Das wäre mal der erste, das wäre mal die Schnittstelle, finally. Und wir würden uns richtig blutige Kämpfe liefern. Richtig. Außer man würde mir sagen, okay, Caro, du kannst vielleicht nicht den Frontmann von Jimmy Eat World haben, aber dafür ist Benedict Cumberbatch am Start. Würde ich sagen, okay. Alles klar. Okay, worüber reden wir? Tschüss. Worüber reden wir? Ciao. Übrigens, zum Thema Cardi B und Lizzo, wollte ich noch einen raushauen. Ich habe ein kleines Interview gesehen, kein Interview, irgendwie eine kleine Reportage. Die steht ja total auf Dings. Hier, wie heißt der? Chris Hemsworth. Ah ja, stimmt. Lizzo steht ja auf Chris Hemsworth und sie hat ja auch mal irgendwie in so einem lustigen TikTok-Video dann irgendwie den Bauch rausgestreckt und hat so getan, als ob sie ein Baby unter dem Herzen trägt und es gestreichelt und hat so gesagt, wir wollten es euch schon früher sagen, aber der Vater des Kindes, bla 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 bla. So. Und irgendwie wurden dann aufgelöst, dass es um Chris Hemsworth so als Scherz geht. Und er hat auf jeden Fall was Lustiges drunter geschrieben. Also er hat sehr cool drauf reagiert. Er ist halt ein cooler Dude. Diese Geschichte hatte ich auch gelesen, nur leider weiß ich auch nicht mehr, was er geschrieben hat. Aber er war ganz witzig drauf. Googelt es einfach. Und wenn ihr es rausgefunden habt, schreibt uns. In die Kommentare, Mann. Auf jeden Fall. Also wirklich, Filmempfehlung nochmal an dieser Stelle. Diese Dokumentation von Pink auf Amazon Prime, wenn ihr Amazon Prime habt, es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. An dieser Stelle möchte ich sagen, wir werden nicht von Amazon Prime gesprochen. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann noch. Übrigens, Shoutout an Pink nochmal, nach dem Skandal mit den schwedischen, ich glaube, norwegischen, norwegischen Volleyballmeisterinnen, die ja keine, genau, die sollten so eine Art Tangas tragen und haben dann aber einfach ganz normale Sporthosen in einer normalen Länge getragen, wie sie halt auch ihre männlichen, ich sag mal, Teammitglieder getragen haben, haben dafür so eine Strafe, eine Geldstrafe bekommen, war ein großer Skandal. Ja. Und da hat Pink gesagt, wisst ihr was, ich bezahl das. Ich bezahl das. Scheiß drauf. Make the world a better place. Make the world a better place. Und dann haben wirklich die Ladies aber gesagt, von dem Team, okay, das muss jetzt nicht, wir waren auch drauf eingestellt, dass wir eine Strafe zahlen müssen, aber sie kann uns gerne mal Tickets für ein Konzert zukommen lassen. Das wird sie machen. Das wird meine Pink machen, auf jeden Fall. I know her. That's my girl. Your girl. That's my girl. Ich liebe Pink seit ihrem ersten Album und ihre erste Single, Where'd You Go. Ich glaube, das war das erste Rap-Lied, was ich auswendig konnte. Nein, stimmt nicht. Sabrina Zettlow in den 90ern. Aber ich habe es sehr schnell auswendig gelernt. Ich habe es überall gesungen und gerappt. Ich habe es so geliebt. Und damals, wie du ja sagtest, kam sie so ein bisschen aus der R'n'B-Richtung. Aber ja, ich fand sie geil. Ich fand es mega geil, diese pinken Haare. Ich habe gedacht, ich ziehe sofort los und mache mir die Haare pink. Ja, nice. Ich habe sie auch sehr gefeiert. Ich habe sie, ich habe so viele Sänger und Sängerinnen damals gefeiert, so viele Bands. Und Pink war eine davon, in jedem Fall. Ja. Die habe ich auch hart gefeiert. Coole Frau. Ja, ihr Lieben, also wir können euch die Doku nur empfehlen. Haut mal rein, haut es bei Amazon rein. Schaut euch All I Know So Far an und hinterlasst uns Kommentare. Schreibt, was ihr davon haltet. Wie findet ihr Pink? Wie findet ihr die Beziehung? Wie findet ihr die Kinder? Nein, bewertet nicht die Kinder. Die sind einfach süß. Lasst die weg. Aber wie findet ihr die Doku? Was ist euer Lieblingssong von Pink? Und wer schenkt mir die nächsten Pink-Tickets überhaupt? Lol. Freunde. Dein Freund. Wahrscheinlich. Aber das kann ja auch mal jemand anders übernehmen. Ihr zum Beispiel Zuhörerinnen. Oh, sag mal Zuhörerinnen. Ach du Scheiße, Leute. Zuhörerinnen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns über eure Kommentare. Folgt uns gerne auf Social Media. Wir sind überall vertreten. Und natürlich könnt ihr uns auf allen erdenklichen Streaming-Diensten hören. Word. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch unsere letzten Folgen angehört habt. Das letzte Mal haben wir zum Beispiel über Lizzo gesprochen. Ihr findet uns übrigens auch auf YouTube. Dort findet ihr mal jede Folge. Es hat auch eine eigene Playlist. Da könnt ihr auch nochmal alles durchhören. Wir freuen uns über jeden, der uns Kommentare hinterlässt, der uns schreibt, der uns Getränke-Vorschläge macht. Ja, Leute, wir haben es nicht vergessen. Wir sammeln noch. Ich habe letztens einen ziemlich ekligen bekommen. Den habe ich direkt abgewunken. Was war das? Irgendwie was mit Clubmatisch Spritz. Da habe ich gedacht, ich sage mal so, was ich mag, ist ein Hugo und ein Moskau-Mule. Und dann hört es auf. Dann hört es auf. Danke, Caro. So kommen wir nicht weiter. Ja, ich bin auch offen für andere Ideen. Also Mojito ist auch gerne mal dabei. Aperol Spritz. Ich meine, die Liste ist lang. Wir werden was finden. So, der Nachbar eskaliert. Das bedeutet, wir müssen jetzt aufhören. Es ist Freitagabend, Leute. Wir nehmen heute an einem Freitagabend auf. Der Nachbar ist wieder aus dem Urlaub da. Ich freue mich. Alles gut in Bayern. Ja, Berlin ist ziemlich ruhig gerade dagegen. Was ist los? Ja, es ist ruhig. Nur Caro musste gerade zwei Stunden auf den Essensliefer-Service. Ach ja, Friday Night in Berlin, Leute. Ich hätte es besser wissen müssen, aber es war mir irgendwie egal. Ich habe nicht nachgedacht. It's Friday again. Yeah, yeah, yeah. Sehr schön, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und bis dem nächsten diesen Zirkus. Bis bald. Tschüss. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.